Jans und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot Nächsten Level 4, Einstiegsposition Ich hab mal Nur mit dritten ab, töte zehn Schläge mit einem Einzigen Tät Ich hab mal Faust und Haus gemacht Mal schauen ob es vielleicht so besser läuft Wo es ja theoretisch eigentlich besser laufen soll Denn ich brauche ihn an Aber mal Tja Ne, jetzt kommen wir eben diese komischen kleinen Viecher Das kleine Ratten oder auch Was auch die wir da sind Mit fucking Messern Okay, zehn Schläge mit nur dritten Töten Holy smokes What the fuck, was war das bitte? Wirklich kleine Ratten Kleine Rattenviecher Ja gut, sie sind ja klein Daher brauchen sie auch ein kleines WC Oh, ist das doof Death Death Ah, da kam der Konatentyp raus Weisst du, er trifft mich natürlich Das ist klar und ich treffe ihn nicht Was ist das hier alles für Weeres Zeugs Mit zentrieren Sonst noch jemand? Ich schätze mal hier jetzt Noch mal gleich runter Wir müssen da lang Um die Tür hier rauf zu kriegen Ja Ja Ich schätze mal hier Ja Okay Ja 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 Einen Miesen Dingel! Voll die... ...vorgestellten Büros hier... ...das war's! Nice! Level beendet! Einstiegsposition Purist! Kenuetreten, ja gut! Wir werden hier echt nicht viele Sterne holen, es tut mir leid! Naja... Weiter geht's mit Level 5! 4 von 5 von 4 zuerst! Ich könnte mir mal die High-Hill anziehen! Dann ziehen... Würfe sind tödlich, aber Kugeln mit Höhen... ...oder... ...irgendwas anderes... ...und die hören sich gut an! Dann Level 5! Am Muggelauf schliesse den Level innerhalb von 540 Sekunden ab... ...wenn es Überlebende gibt! Echte Herausforderung! Schliesse den Level nur mit Dritten ab... ...und trage dabei folgende Schuhe... ...Grösse 23! Haben wir noch? 6! Kai... Kommen Salamandee... ...ein bisschen LSD drüben! Ich sehe zwar weiter absolut X! Das ist so brutal, diese LSD. Diese Salamande. What the fuck? Durch die Decke. Da hinten sehe ich ja schon einer. Ich habe keine Waffe. Ich brauche eine fucking Waffe, ich gebe sie hier. Der ist das hier vorgestellt, alles. Das ist ein Skelett. Ich brauche sie einfach von der Decke hängen. No Brakes Management, Fraud, Synergy Crime. Das ist ein Scheißfliege, Alter. Ich kann mir ja noch die Hälfte haben, wie von den Skeletten. Was ist jetzt denn einfach auf dem Klo? Ich brauche sie einfach von der Decke. Ich brauche sie einfach von der Decke. Ich brauche sie einfach von der Decke. Ich brauche sie einfach von der Decken. Und der Matten? Komm mal hier durch, ne? Nee, Exit! Noch nicht Exit. Mal kurz eins zerstören. Um sicher zu können, dass wir das haben. Sieht aber gut aus. Sieht... Gut aus. Ich feiere die Endscreens hier. 31, sehr schön. Ja, wir werden echt nicht wieder Sterne haben. Schade. Level 6. Großraumbüro. Aber ich glaube, hier kommen wir ein bisschen besser durch als beim letzten Mal. Also beim letzten... Beim letzten Gegner. Dexhaven Inc. Ping is for the poor. Willkommen bei Dexhaven Inc. Die Steueroase ihres Vertrauens. Wir sind einige... Eine eingetragene Tochtergesellschaft der Heuschrecken. Um mit einem Berater zu sprechen, nimm bitte die Tür zu deiner Linken. Meine Beschwerde einzureichen, nimm bitte die Tür zu deiner Rechten. Ablage P. Reiche im Levelbüro eine Beschwerde... Ich arbeite gerne als Hauswart bei den Heuschrecken. Da mache ich mir die Hände nicht so schmutzig wie die anderen. Wir müssen eine Menge dieser gläsernen Dicken ersetzen. Dauernd macht jemand sie kaputt. Wahrscheinlich ich. Sorry. Hast du schon von Janet aus der Buchhaltung gehört? Man hat sie beim Unterschlagen von Firmengeldern erwischt. Wow. Deshalb wurde sie also befördert. Don't forget to lock in. Oh man. Ich liebe diese kleinen Details. Meine Kolleginnen neben mir, das ist so nervig. Daher spielen sie mich aus. Ich will von den Besten lernen. Und er ist der beste Wirtschaftskriminelle in der ganzen Reihe. Okay, so sitze ich manchmal auch hier. Mir ist Effizienz sehr wichtig. Deshalb bin ich den Heuschrecken beigetreten. Niemand begehrt Verbrechen effizienter als die Kapitalisten. Hot Milk. Enjoy the little things. Niemand hat behauptet, dass ein Stehschreibtisch bequem ist. Aber ich versuche alles, um meinen Nackenschmerzen loszuwerden. Stehschreibtisch mal anders. Bitte lass mich in Ruhe. Ich muss so viel Schlaf wie möglich bekommen, solange mein Chef auf Klo ist. Ach, die Arme. Siehst du ein bisschen wie ein Boss aus. Schau dir die Arschlöche da oben an. Ich wette, die halten uns alle für Idioten. Dann drüben ist der Date, die IT-Departner. Drunken disorderly. Nur noch vier Jahre, bis das Praktikum geschafft ist. Ich freue mich schon total darauf. Dann steige ich endlich zum leitenden Praktikanten auf KD. So. IT-Departement. Okay. M. Wodems. Sie haben meinen Schreibtisch schon wieder umgestellt. Ich habe schon seit einer Weile kein Gehalt mehr bekommen. Wehe, ich kriege meinen Tacker nicht zurück. Sonst brenne ich hier alles nieder. Du bist irgendwie sehr weit nach unten gestiegen. Gestiegen. Weit nach unten gestiegen, genau. Brawl Force. Das haben wir ja schon mal gespielt. Und eigentlich ist ein Achievement, dass man irgendwie das Spiel durchspielt. Aber die Frage ist, wie lange muss man das spielen? Und ich bin eigentlich scheiße in solchen Spielen. Mal schauen, wie weit wir es diesmal schaffen. Auch in Cyberpunk gibt es ja solche Spiele mittlerweile. Und da bin ich auch ziemlich shit drin. Ich glaube das letzte Mal waren ich irgendwie bei 5 Millionen. Und die Explosionen hinter mir lenken mich völlig ab da. Okay, come on. Ich glaube nicht mehr viel weiter müssen wir. Dann explodiert der Automat vielleicht. Come on. Please. Tu endlich was. Bitte. Ich werde jetzt so sterben gleich. Die Blöge nervt mich. Ey, die Fliege. Sorry. No. Die steifte Fliege. Oh, das spießt. Game over. Ist er zerstört? Ey, diese Fliege. Na, wir haben es nicht geschafft. Come on. Noch ein Versuch. Ich fliege kaum gerade auf mein Land. Gerade auf meinem Arm. Und das hat mich eigentlich abgelenkt. Wir hätten es fast wieder geschafft. Oh Gott. Gut, lassen wir das. Okay, come on. Konzentrier dich. Anfang ist manchmal fast schwieriger als das Ende. Und diese scheiss Fliege soll endlich abhauen. Sie ist gleich schon wieder an meiner Hand. Oh Gott. Sorry. Wird heute nichts. Die nervt mich schon seit zwei Tagen in der Wohnung. Ich kriege sie nicht weg. Dieses Spiel ist voll geil. Wer hätte ahnen können, dass es so verloggend ist, das Brachland wiederum urbar zu machen. Du solltest es sofort kaufen. Vielleicht so zwei bis fünf Kopien. Erzähl auch deinen Freunden davon. Patatoes. Das habe ich auch mal gespielt. Terranil. Ist das von den gleichen ähm, ähm, ähm. Entwickeln. Könnte gut sein, weil dann wäre es eine coole Werbung. Nachher mal schauen. Manage yourself. Sieh dir die Idioten da unten an. Ich werde dich halten uns alle für Arschlöcher. Yes. Das Leben als Miniatrist ist nicht leicht. Aber es ist leichter als zu arbeiten. Ernsthaft? Ihr trinkt da Wein und die anderen müssen schuften wie, keine Ahnung was. Gelegenheit. Wenn die Sonne aufgeht, geht sie für alle auf. Vision. Gehe her, soweit du sehen kannst, dann hast du die Vision noch weiter zu gehen. Innovation. Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Reise. Als Managerin müssten wir inspirierend sein. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das total sinnvoll. Blut sammelt sich in meinem Gehirn. Dadurch werde ich viel mehr schlauer. Glaube ich eher nicht. Ich würde es nie versuchen. Ich habe in einem Selbsthilfebuch davon gelesen. Sieben von zehn erfolgreichen Direktoren tun es. Wäre mir neu. Diese Kröpfelein. Ich mache jetzt alles wie die Fledermäuse. Dadurch wird manches komplizierter. Ich muss mir wirklich eine Fledermaus- zulegen. Ich glaube, der ist ohnmächtig. Irgendwie, meine Kollegen, Bewusstlosigkeit ist Teil des Prozesses. Bei mir müsste es auch gleich wieder passieren. Oh Gott. Doch. Ich habe den Fledermas- Rekord-Lifestyle echt versucht. Aber meine Zehen waren nicht stark genug. Vielleicht sollte ich mich bei den Crossfitern bewerten. Wir haben... Office Supplies. Wir haben alle Büromaterialien, die du brauchst. Solange es eine Geschenktasse mit Firmen-Logo ist. Wie sahst du die Hosen unten? Ich brauche neue Firmen. Urinbeut. Meine sind nicht voll. Tja, ich muss aber eine Tasse nehmen. Uuuhh. Uuuhh, die sind ja voll. Uuuhh, Gott. M-Biesling-Tip-Balkon. Okay. Janet arbeitet nie. Sie versucht nur den ganzen Tag ihre Kollegen zu verführen. Keine Ahnung, wie sie es in Läufer- Unterröbungsabteil geschafft hat. Ich glaube, das ist Janet. Ich versuche, die Aufmerksamkeit von diesem verträumten Typen zu erlegen. Ich liebe einen heissen Derry. Never. Heute ist Kinderarbeitstag. Diese Firma ist das Letzte. Keine bezahlten Überstunden, keine Sozialleistung, kaum Aufstiegschancen für Neunjährige. Ich freue mich schon auf die Rente. Okay, kennen wir? Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. So doof. Research and development. Yes, du schaust es. Go. Brainstorming. Ich nutze im Moment 100% meines Gehirn, um noch bessere Wege zu steuernden ziehen zu finden. Was wäre, wenn die Aktenschränke noch größer werden? Nix. The Fraudal Profit Burger. Du musst erst die Haufte und die Verzichtserklärung und die Übertragung von Vermögenswähren unterzeichnen, bevor du den Testbereich betreten kannst. Wir können uns keinen weiteren Vorfall leisten. Ich tue es trotzdem. Ja, wäre unsere neueste Erfindung. Die Kaffeekanne 4000. Kaffeekanne 3000 war ein absolutes Departel. Sie war einfach zu klein. Wow. Hm, diese Testbedingungen sind stabil. Aller Messwertes in dem Toleranzbereich. Hm. Ja. Ja. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Kaffeekanne wirklich gross ist. Schade, ich kann sie mich zerstören. Okay. Hier bewahren wir unsere fehlgeschlagenen Experimente auf. Sie waren alle so vielversprechend. Wahrscheinlich Sofa 3000, Stuhl 2000, Kaffeekanne 2000, 3000, 4000, 5000. Oh, schön. Ähm, ist das der Busch, gegen den wir nachher kämpfen werden? Könnte unmöglich sein. Okay, geht halt gleich weiter, obwohl ich das gar nicht tun möchte. denn eigentlich ist die Folge schon viel zu lang. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Die Musik geht wieder ab. Wenn ich hier unten springe, gibt es gleich was auf die Nüsse. Okay, was soll ich das lebe? Ich kann es hier schauen. Perfect. Oh yeah. Die Musik geht ab. Bye bye. Holy smokes. Schönes Klaw hier. Can I do that? Sorry. Ich glaube, das war es mit ihm. Exit. Was schnall ist. Okay. Oh yeah. Grossraumbüro. 21, sehr schön. Gut, dann würde ich jetzt sagen, war es das für diese Folge von Engelfutz. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.